ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Ach wer ist das? Der ist schon leicht offen, ich öffne jetzt nicht weiter, viel zu geruchsintensiv. Hast du nicht was zu trinken oder was für ihn? Nee. Komm mal hoch, ist ja noch... Nee, hast du nicht. Ich bin Bundesagent, ich hätte da ein paar Fragen. Wissen Sie irgendwas über die Leiche bei der Brücke? Äh, Leiche, da war doch nur ein Baumstand in einem Anzug. Wissen Sie etwas über die Leiche oder nicht? Äh, welche Leiche? Reden wir nicht über einen Baumstand? Wo schlafen Sie nachts? Ich habe einen Primo Karton in einer der schönsten Ecken unserer Kanalisation. Da gibt es fast keine Alligatoren, sogar ein Lüftungsgitter und so geht es meiner Penner-Longe besser. Wo ist das da? Was ist das da in Ihrer Tasche? Sieht aus wie eine Brieftasche. Ich habe keine Brieftasche, ich bin ein Penner. Wollen Sie wirklich Spielchen spielen? Vielleicht freue ich mich ja nur, Sie zu sehen. Es sieht aus, als sei es etwas mit Blutflecken. Das ist kein Blut, nur Schlamm vom Fluss. Ah, dann geben Sie mir also zu, dass Sie was in Ihrer Tasche ist. Nur also, ich kann die Ihnen nicht geben, denn wo soll dann mein Geld hin? Das weiß ich doch nicht. Also, ist eben doch nicht so einfach, nicht wahr? Jetzt reicht es. Also, jetzt reicht es. Ich bin Bundesagent. Händigen Sie mir die blutige Brieftasche aus. Ich mag ein versoffener Penner sein, aber ich kenne meine Rechte und Sie brauchen eine richterliche Anordnung. Finden Sie eine andere Brieftasche für mein Zeugs und Sie kriegen die hier. Hä? Da fällt, die fällt schon auseinander, nicht so wie die großartigen Reinstorm der Clown-TM-Brief-Tasten, die Sie von seinem Karriere-Ende. Das war ein Erdenbrecher, gar noch ein komplettes Bibelloch, aber seine Brieftaschen waren toll. Nun, dann spielen wir mal nach Ihren Regeln. Nun, dann spielen wir mal nach Ihren Regeln. Vorerst. Na, was wissen Sie denn über Chuck? Der Mann war ein Arschloch. Und ich bin froh, dass er an einem Herzenfall verreckt ist. Er hat mein Leben ganz ohne Grund ruiniert. Ist das der Vater, oder was? Dann frage ich mich auch. Was? Äh, wie hat Chuck ihr Leben ruiniert? Mr. Edmund hat mich in Timberlade Park auf die schwarze Liste gesetzt. Meine sogenannten Freunde drehten mir den Rücken zu. Mein Uhrenladen brannte mysteriöserweise aus und ich verlor alles. Ich konnte keinen Tisch im Restaurant mehr kriegen, auch keinen Job und am Ende blieb mir nur noch meine heißgeliebte Stradivari. Die Geige, die da bei dem ist. Na gut. Wir reden später weiter. Was sollte ich hin? Kleingeld. Bisschen Kleingeld. Wie wär's mit einem Kombucha? Was ist ein Kombucha? Weiß ich auch nicht. Wie wär's mit einem Kombucha? Wahrscheinlich was zum Saufen. Vielleicht wie ein Krombacher. Oh, okay. Sieht aus, als gäbe es gerade einen Ausverkauf. Was ist das? Okkulte Books. Hier steht Okkulte Books, ein Bücherladen für übernatürliches. Ach, da ist die alte. Die Zukunft ist nicht vorgeschrieben. Ich glaub, da werd ich so einen komischen rumänischen Slang gleich reinbringen. Rumänischen Slang. Am besten so wie Draht. Ah, die fass ich garantiert nicht an. Das sind wieder Bücher ohne Ende. Das war gleich wieder alles ein Sack und was nicht in jedem Nagel fest ist. Die fass ich garantiert nicht an. Die fass ich garantiert nicht an. Eine seltsame Kraft muss ihn an Ort und Stelle halten. An die Waage ich mich nicht näher ran. Okay. Der sieht ziemlich rattig aus. Und ich meine rattig. Die fass ich muss ihn an Ort und Stelle halten. Okay. Gehen wir zu der alten. Reden wir mal mit der. Schauen wir mal die alte erst mal an. Willkommen im Timbel wie Tagladen der okkulten Bücher. Ich bin Madame Marina. Suchen Sie einen Fluch, ein Ausverkaufsschnäppchen oder? Bei diesen Anzügen ausgehend meine steile Erklärung vom letzten Jahr. Ich bekomme nicht sehr viele Besucher von Bundesagenten im Dienstdress. Im Dienstdress. Ich bin Agent Reyes. Ich bin nur hier um ein paar Fragen zu stellen Madame. So soll es sein. Wie kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie etwas über den Leichen am Fluss? Ich weiß alles was hier vorgeht. Großartig. Dann wissen Sie wer in der Mordsch verstrickt ist. Also ich weiß nicht alles genau zu dieser Zeit. Aber wenn Sie sich trauen die Hände ein wenig schmutzig zu machen kann ich die Antworten finden die Sie suchen. Was brauchen Sie um so zu helfen den Mörder zu finden? Ich will ja nicht gegen die Vorschriften verstoßen aber wir brauchen Hinweise in diesem Fall. Ich muss eine Reise in die Vision machen um die Antwort zu finden. Aber in den Abgrund der Erleuchtungen kann ich nicht ohne ein wenig Unterstützung reisen. Wenn Sie mir aus der Kanalisation einen Agregus-Fungus-Vision der Lecemium-Pilz besorgen, kann ich vielleicht helfen. Das klingt ein wenig... Das klingt ein wenig rechtswidrig. Und damit wollen Sie was sagen? Erzählen Sie über sich Madame Morena. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe mich in Timmelbeet niedergelassen nachdem ich mein Handwerk jahrelang auf der Straße praktiziert habe. Denn irgendwann nervt es doch nackt in der Rüste Peyote auszukotzen und die Kaktus-Nahmen aus dem Hintern zu ziehen. Was sind Sie in dem Reich des... Wie? Wie sind Sie in dem Reich des Okkulten gelangen? Ich realisierte, dass ich sesshaft werden muss und trotzdem Geld verdienen kann. Ich dachte es geht hier um ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Spirituellen. Ich weiß nicht was ich sonst sagen soll, Schätzchen. Ich mag es gerne gemütlicher und mit dem Geld das die Flieche einbringen werde ich mich um eine Yacht in den Bahamas zurückziehen. Was ist das hier für ein Ort? Das ist das Kompetenzzentrum des ganzen Bezirks für okkulte Bücher und Dienstleistungen. Für Flieche, Beschwerungen, Heiltränke oder Glücksbringer kommt man am besten zu mir. Wer wird... Der Hudo-Hudo-Glückssauber oder Liebestränkesucht ist hier richtig! Faszinierend! Wie Rustenbonbons oder Kaffeefilter geht man zum Quikiball... Das war nur ein... Du Scheiße. Können Sie wirklich Leute verfluchen? Aber natürlich kann ich das, egal was die Typen vom Verbraucherschutz sagen. Manchmal funktioniert es nicht so wie erwartet, aber die Geister arbeiten nun mal auf ihre eigene Art. Bei Beschwerden wendet man sich also am besten an Sie. Haben Sie Ransom den Clown verflucht? Ich bin sehr stolz auf diesen Schwur. Er war ein großer Trottel und er brauchte einen kleinen Wink mit dem Kammerfall. Ein auf ewig verunstaltetes Gesicht. Es ist etwas mehr als nur ein kleiner Wink, Madame. Oh, brauchen Sie auch einen Wink vom Kammerfall, Agent Race? Schluck. Nein, Madame. Entschuldigen, Madame. Und warum ist Ihr Laden gerade hier? Ja. Die Schwingungen. Diese Stadt hat eine dunkle, seltsame Energie, die es für das Geschäft mit dem Okkulten prädestiniert. Meinen Sie eine Energie wie diese Signale, von denen wir hier gehört haben? Nein, die Signale, die durch die Luft funken, sind etwas völlig anderes. Ich weiß nicht, was die bedeuten, aber es kann nichts Gutes sein. Auf Wiedersehen. Meisterstück der Übersetzungskunste. Der Übersetzungskunst. Da ist nichts drin. Boah. Der Synchronisationskunst. Ohne! Ich glaube ja auch, dass man noch einen Jägermeister rein muss. Also, ich organisiere nochmal. Ja. Ich laufe währenddessen erstmal in Richtung Kanalisation besorgt die Mushrooms. Ja, wir müssen auch zum Wikimarkt, ne? Wo war der denn nochmal? Weiß ich nicht. Ja, wir haben schon mehrfach davon geredet. Aber kommt so ziemlich alles, was ich mag. Öffne verfluchte Türen, also. Hast du einen glutenfreien Donut? Ach du Scheiße. Oh. Das ist der Quikimarkt, das ist das Salomaso-Dinner. Ja, leider. Hallo, Nilein. Ja, Sir. Ja, Sir, das ist wirklich lästig. Nein, Sir. Ja, Sir. Wir sind mit Ihnen fertig. Ja, Sir. Permanent. Ja, Sir. Gewaltsam. Nein, Sir. Ja, Sir. Ja, Breslin war heute sehr gut, Sir. Auf Wiederhören, Sir. Ja, Boss, ich gebe dir viel mehr. Ja, Beating. Ich gebe es dir, die Tür schiebben. Ja, Schnell. Ja, Schnell. Ich gebe es dir, die Tür zu fünfogen. Ja, Herr introduced. ich bin gerade in die andere richtung gegangen zum außenbezirk titelbild jetzt nicht wirklich wir sollten erst mal zum markt gehen das machen warum dann holen wir dann erstmal so magic mushroom ja aber die kennen können wir jetzt erst mal nicht befreien mit dem mehr schon erledigen wenn wir den holen gehen das auch der quickie ball was soll man den quickie ball holen lest man noch mal die anleitung das hier glaube das rote kann es ja noch nicht was gab es hier das redet man mit ihm dass wir nehmen erst mal wieder alles mit was wir so kriegen können nehmen sie ruhig das ist ein vertriebsmuster des vertreibers sprays aber ich vermute es funktioniert nicht ausruhen werde ich es jedenfalls nicht die lassen wir lieber so ich will das nicht aufheben wenn man tatsächlich gewinnen könnte würde ich es auch spielen oha ich bin glaube ich im fernsehen ein boss will nicht dass jemand diese kamera anfasst gut dass nix das schon mal beruhigend das ist eine wie schade dass dein gesicht so bleibt karte das ist ein bild von meinem von einem clown mit sehr vielen haaren vielen dank ja meine menge davon ich glaube das findet niemand wirklich schade dass sie mich wissen wenn ich ihnen helfen kann hallo ich bin leonard von quickie ball kann ich ihnen helfen leonard genau ich bin junior special agent race ich habe nur was zum einkommen wenn es darum geht wissen sie etwas über die leiche am fluss nö aber man sagt der schärfe hätte fast gekotzt als er sie sah die einzigen körperfunde die ich so mache sind die von hübschen mädels aus dem obersten magazinregal die wollen wir nicht vertiefen das wollen wir nicht vertiefen haben sie verdächtige aktivitäten in der stadt gesehen ja jetzt wo sie fragen fällt mir ein dass ich vor allem in ein paar nächten was verdächtiges gesehen habe ich war in der nachtschicht und wollte geradezu waren und eine pizza reinziehen als willi der örtlichen penner hier rein spaziert der örtliche penner das war absolut schräg wenn ich so drüber nachdenke warum kam mir den willi verdächtig vor nun normalerweise werfen wir ihn gleich raus weil übel duften und sowieso kein geld hat aber zum ersten mal seit ich hier bin zückt der bruder seine brieftasche und zeigt einen dicken watzen lappen war schon irgendwie cool dass er das komplette schnapps regal er gekauft hat könnte die brieftasche die sie gesehen haben willi gehören auf keinen fall war das seins wahrscheinlich hatte er glück und ist irgendwo gefunden aber wenn ich so drüber nachdenken fällt mir ein dass die brieftasche ganz selbst haben rote flecken hatte ich dachte die kommen von der kirche und wasser dass er sagt aber es hätte auch blut sein können erzählen sie etwas über sich lennart die hoher kennst du meinen namen bist du gedanken dieser oder sowas nein sie haben mir gerade ihren namen gesagt und sie tragen ein namensschild mögen sie ihren job hier bei quickie ball aber logo ich habe hier ein super deal der kaffee ist umsonst und ich kriege mindestlohn außerdem kommt in der nachtschicht nicht viele kunden also habe ich viel zeit zum nachdenken sie sagten sie hätten jede menge zeit zum nachdenken ich denke eher so abstrakt mehr so um die ecke meine mami sagt ich soll mehr so wie ein konsum korsum barnard sein der ein stipendium am mit hat aber wieso sollte ich wie der nerd enden wenn ich so wie chuck edmund sein kann erzählen sie von chuck der ist mein totaler heldmann der kerl ging nie auf eine hochschule hat einfach als kind angefangen maschinen zu bauen der knabe hat die stadt reich gemacht indem er einfach tat was er liebte sie scheinen chuck ja ziemlich zu verehren deswegen bin ich ja auch aus der hochschule raus ich will bei dem nicht verschwenden indem ich für die da oben in einer polista klamotte rumlaufe anwesende ausgenommen gerade noch die kurve gekriegt dieses flackernde lichter treiben mich in den wahnsinn ja ganz schöner trimmer oder wirkt doch besser wenn man sich vorher noch eine kleinigkeit einwürft und was wollte ich sagen vielleicht hat er das ja auch ich sage ich werde sie sofort reparieren und ich empfehle ihnen auch dass sie beiden sich zwei jägermeister einschmeißen sie beiden dahinter den monitor da mal los aber schnell zum wohl post mein gott ihr meint sieht ja das soll ich richtig schnell weg was sagen sie zum zustand der stadt habt ihr tatsächlich den jäger weggesoffen ignoriert doch einfach die loser die hoppen hier sei alles am ende also gibt wieso das denn wir haben auch alle was mal im leben braucht und hier in diesem krieg war das alles vorhanden ich schaue mich mal im laden um gehen zu landkarten jetzt nehmen wir uns eine landkarte ja genau die gab es nämlich da die geilen landkarten tut mir leid bruder der scharf war vor kurzem hier und dann hat sie alle mitkommen aber der sheriff hat alle landkarten mitgenommen der sheriff hat alle landkarten mitgenommen der sheriff hat die ganzen landkarten mitgenommen super das sieht ja lecker aus der ist noch heiß richtig heiß du brauchst aber auch nur einen ja das muss ich mir ja machen doch so 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 so